Israels Geburtstag Weil wir das jüdische Volk lieben, das Volk, das jahrhundertelang auch in Deutschland immer wieder Opfer von kirchlichem und politischem Antisemitismus wurde, weil damit endlich und endgültig Schluss sein muss. Auch deshalb feiern wir den Staat Israel. Wir feiern Israels Geburtstag, weil wir Israel Glück wünschen wollen. Weil wir wissen, dass ein gesundes, ein starkes und ein erfolgreiches Israel nicht Problem, sondern Lösung für viele Probleme im Nahen Osten ist. Denn nicht Israel ist, politisch gesehen, das Problem, sondern der ungebrochene Antisemitismus, der das politische Feld im Nahen Osten immer noch beherrschen will. Wir feiern Israels Geburtstag. Weil wir Israel und unseren Freunden in Israel damit ausdrücken wollen. Israel, du hast Freunde. In Deutschland, in Europa und weltweit. Israel, du bist nicht allein. Israel, wir stehen an deiner Seite. Es lebe das jüdische Volk. Es lebe der Staat Israel. Am Israel Chai. Es lebe das jüdische Volk. Es lebe das jüdisch. Es lebe der Awareness. Es lebe das jüdische Volk. Es lebe das jüdisch. Es lebe das jüdische Volk. ein sehr cheflig und ganz imposit ein. Ich bleib von einem E scène. Inотрputzung 1 2 00. Dieser bundesweite Aktionstag soll an die Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 erinnern. Zugleich unterstreicht er die besondere Beziehung der Bundesrepublik Deutschland zu Israel. Die Stadt Siegen begrüßt die Durchführung des Israel-Tages ausdrücklich. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen anregenden Israel-Tag. Bitte machen Sie reichlich Gebrauch von dem Informationsangebot. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Stadt Siegen begrüßt die Durchführung des Israel-Tages ausdrücklich. Die Stadt Siegen begrüßt die Durchführung des Israel-Tages ausdrücklich. Die Stadt Siegen begrüßt die Durchführung des Israel-Tages ausdrücklich. Sieg die Durchführung des Israel-Tages ausdrücklich. Vielen Dank.